Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Bereits seit über 30 Jahren steht das Hotel Wiesenheim in Viss in Tirol für Spaß, Natur und Erholung pur. Familie Kirschner hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt zu gestalten. Mit einer großen Portion Gastfreundschaft sorgen die Mitarbeiter dafür, dass es ihnen an nichts fehlt. So bietet man neben äußerst komfortablen Zimmern auch ein fabelhaftes Frühstücksbuffet sowie abwechslungsreiche Menüs im Rahmen der Halbpension. Ob Mountainbiken, Wandern oder Skifahren, vor allem Aktivurlauber kommen dank der perfekten Lage voll auf ihre Kosten. Familien mit Kindern schätzen das liebevoll eingerichtete Spielzimmer, den großen Erlebnisspielplatz sowie das Animationsprogramm. Ein Sommerhighlight sind die wöchentlichen Fotowanderungen mit Naturfotograf Andreas Kirschner. Für Erholungssuchende steht ein wunderbarer Wellnessbereich mit Sauna, Bio-Sauna und Infrarotkabine bereit. Hotel Wiesenheim – mein Urlaubszuhause.